jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu meinem video hier auf den kanal ich bin es wieder euer jassin und ja freunde ich weiß nicht ob man es vielleicht ein bisschen hört aber ich habe heute mal wieder keine guten nachrichten für euch denn ja ich musste heute mitten in meinem praktikum wieder nach hause weil es mir absolut beschissen gegen sage ich jetzt mal denn mir geht es richtig richtig schlecht also jetzt wort wörtlich gemeint also ich habe mich zwar noch nicht übergeben aber mir geht es echt richtig richtig schlecht ja ich war beim arzt ich wurde jetzt bis samstag krank geschrieben heißt leute leider es wird nichts bis samstag geben weil ich habe jetzt auch leider keine videos oder so vor produziert deswegen tut mir echt sehr sehr leid für euch ja die ein oder anderen haben sich bestimmt schon auf den eventuellen heute ein abo zocken zu gefreut oder eher gesagt wahrscheinlich auch am wochenende aber leute nichtsdestotrotz ja es ist so wie es ist am sonntag wird es da aber wieder einen stream geben wenn es mir da besser geht wovon ich ausgehe und ja aber wie gesagt leute mich ärgert mich ärgert das echt auch selber dass ja dass ich jetzt krank geworden bin ich hätte echt echt gerne vielleicht heute gestreamt ja weil habe ich jetzt noch nicht ganz gewusst aber ich hätte eventuell gerne gestreamt und natürlich auch videos gemacht aber gut leute es ist so ich kann es nicht ändern und ja auf jeden fall wie gesagt bis samstag weder streams noch videos leider und ja das war wie gesagt jetzt die schlechte nachricht aber wie gesagt wenn es mir sonntag besser gehen sollte sonntag ist wieder ein stream ja und vor allen dingen leute die neue season geht ja jetzt freitag los umso ärgerlicher ist es auch deswegen dass ja dass das genau jetzt krank werden muss aber es ist halt so wie es ist und ja leute wir sehen uns auf jeden fall sonntag zum ersten live stream aus chapter 5 season 4 und an der schnell wie ich dann so leute das war es von dem video wenn das gefallen hat gerne leiten gerne die glocke gerne abonnieren und auch die glocke aktivieren und das was wir sagen leute sehen wir uns dann sonntag haut rein bis dahin und ciao